Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem nächsten FC News Video mit heute drei Punkten, wo ich mit euch darüber sprechen möchte. Es sind ganz unterschiedliche Punkte von Neuverpflichtungseite zu einer wichtigen Position im Verein zu zukünftigen Entscheidungen, die eben noch getroffen werden sollen bezüglich unseres Kaders. Von daher Freunde, seid gespannt, lehnt euch zurück, genießt das Video mit mir und wie ihr es kennt, ohne zu schnacken, starten wir mit Punkt Nummer 1 rein. Und hierbei sprechen wir über zwei Neuverpflichtungen, denn unser 1. FC Köln nimmt die El-Mala-Brüder unter Vertrag. Der 1. FC Köln hat Malek El-Mala und Sahid El-Mala von Viktoria Köln unter Vertrag genommen. Beide sollen einen langfristigen Vertrag beim FC unterschrieben haben und werden direkt wieder an Viktoria Köln verliehen, um dort weiter zu reifen und sich eben weiter zu entwickeln. Beide haben in der abgelaufenen Saison zu allergrößten Teilen in der U19 bei Viktoria Köln, also in der U19 Bundesliga West gespielt, haben da beide unglaublich gut performt. Malek El-Mala ist Mittelstürmer, der kam auf 22 Spiele, 10 Tore, 7 Assists in der A-Jugend Bundesliga und durfte einmal eben in der 3. Liga ran. Sein Bruder Sahid El-Mala ist nochmal zwei Jahre jünger, also der ist 17 Jahre jung und er ist eher 10er, also offensiver Mittelfeldspieler, kann auch links außen spielen. Und er hat in der abgelaufenen Saison in 19 Spielen 11 Tore geschossen, 6 Tore vorbereitet eben in der A-Jugend Bundesliga und konnte in der 3. Liga 10 Spiele spielen, wo er auch sogar einmal traf und ein Tor vorbereitete. Also ihr seht zwei Jungs, die eben in der A-Jugend Bundesliga, aber auch ein bisschen Drittliga-Erfahrung sammeln konnten und sich da schon mal ganz gut gemacht haben. Die beiden sind auf jeden Fall beide Spieler, wo in Sachen Entwicklung deutlich viel geht. Sahid El-Mala hat einen Marktwert von 300.000, Malek El-Mala von 100.000 und beide haben auf jeden Fall unterschiedliche Skills, an denen man noch arbeiten kann und aus denen man dann höchstwahrscheinlich hoffentlich dann eben nochmal was rausholen kann. Beide haben bereits ein Spiel für die deutsche U19-Nationalmannschaft bestritten, also auch da gibt es schon Erfahrungen, die die Jungs mitnehmen konnten. Und dadurch, dass sie eben bei Viktoria waren, können sie auch, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, auch da wohnen bleiben, wo sie gewohnt haben. Also man wird auch nicht aus seinem Umfeld gerissen und kann weiterhin eben in Köln bleiben. Also auch positiv für die Jungs auf jeden Fall. Zwei sehr, sehr interessante Jungs, beides Rechtsfüße. Malek El-Mala ist mit 1,93 Meter der Größere und bringt damit für den Mittelstürmer dann eher nochmal die Statur mit. Sahid El-Mala ist 1,85, also auch noch relativ groß gewachsen und ist halt ein Spieler, der in der Zentrale seine Fäden zieht, dann eher im Mittelfeld oder eben ausweichend dann auch auf links außen. Und hier bekommen wir zwei spielstarke Jungs, die auf jeden Fall den FC hoffentlich in Zukunft schon mal bereichern können. Und was noch viel wichtiger zu erwähnen ist, Christian Keller sagte ja nach Uro Takba und nach Chiluim Unuroa, dass der FC noch zwei weitere junge Talente verpflichten und verleihen will und damit eben auf vier Neuverpflichtungen für den kommenden Sommer kommen will. Und darauf sind wir jetzt gekommen und das wird dann voraussichtlich, gehe ich mal zumindest von aus, die Letzten sein. Es sei denn, es gibt sich noch irgendeine richtig krasse Chance auf dem Transfermarkt. Aber erstmal haben wir die Jungs jetzt noch on board, zumindest jetzt so gesehen vertraglich. Ein Jahr spielen sie ja jetzt noch bei der Viktoria. Da kann man das Ganze auf jeden Fall weiterhin verfolgen und mal gucken, wie die Jungs sich da machen. Interessante Jungs, bin gespannt, wie ihr es seht. Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare. Kennt ihr sie vielleicht sogar? Habt ihr schon mal was von ihnen gesehen? Und wie glaubt ihr, können sie sich in Zukunft beim FC einbringen? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und von den El-Mala-Brüdern gehen wir nun rüber zur Punkt Nummer zwei. Und jetzt ist es fix. Der 1. FC Köln nimmt Sascha Bigalke unter Vertrag. Der Ex-Kölner wird jetzt rein offiziell auch der Coach für die Jugendspieler. Also er soll das Bindeglied werden für Jugendspieler, die in Richtung Profimannschaft kommen oder eben einen Profivertrag haben und langsam zum Profi auch wirklich dann final werden wollen. Er soll da so der Schlüsselfaktor werden. Also er soll quasi so der FC-Talente-Coach werden oder das Bindeglied zwischen Profifußball und Talenten. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Bezeichnungen. Wichtig ist, dass der FC jetzt eben jemanden hat, der die Jungs an die Hand nimmt. Ich denke da allen voran aktuell beispielsweise an Spieler wie Julian Pauli, wie Elias Bakatukanda, die nah dran sind, die vielleicht in der kommenden Saison eine Chance hätten, vielleicht sogar auf ein paar Einsätze zu kommen. Also ich glaube, da kann Sascha Bigalke auf jeden Fall schon einiges bewirken. Das zum einen. Zudem muss man auch sagen, Christian Keller begründete in der Vorstellungspikate mit Gerhard Struber, warum man sich eben für Sascha Bigalke entschieden hat. Und ich muss sagen, für mich sind diese Beweggründe 100% nachzuvollziehen. Christian Keller sagte, dass man jemanden haben wollte, der aus dem Profifußball kommt, der selber viele Rückschläge hatte. Das hatte Bigalke mit Kreuzbandrissen etc. pp. Man weiß selber, wie man aus dem Jugendfußball dann hochkommt ins Profibusiness und halt jemanden, der auch schon die ein oder andere Liga mitgemacht hat. Und das alles gepaart mit, auch wenn das jetzt final für das Talent jetzt keine Auswirkungen hat, aber das gepaart mit seinen Fähigkeiten noch als Co-Kommentator, ist Bigalke jemand, der im Fußball schon sehr, sehr viel rumgekommen ist und der, glaube ich, auch viel vermitteln kann. Dazu kennt er den Verein, weil er ja zwei Jahre als Spieler auch da war. Also für mich eine gute Wahl. Vor ein paar Wochen hatten wir da im Video schon mal drüber gesprochen und da wurde ja noch spekuliert, dass Bigalke es werden könnte. Jetzt ist es fix und ich kann nur sagen, herzlich willkommen zurück, Sascha Bigalke. Bin gespannt, was er in Zukunft auf die Beine stellen kann und wie er dann eben als Bindeglied für unsere Talente agiert. Sehr interessant, gute Besetzung aber, wie ich finde. Bin gespannt, wie ihr es seht. Und wir springen rüber von Sascha Bigalke zu Punkt Nummer 3 und im Punkt Nummer 3 reden wir nochmal über eine Sache von der Vorstellungspicka von Gerhard Struber, denn hierbei ging es um die Kaderbesetzung. Der FC hat aktuell eine sehr, sehr große Trainingsgruppe. Man hat ja die Rückkehrer von den Laien, man hat sämtliche Spieler, was nicht zu erwarten war, teilweise mehr, teilweise weniger, die geblieben sind. Man hat den einen oder anderen Jugendspieler hochgeholt und man hat halt Jugendspieler, die letzte Saison ab und an schon mal dabei waren und jetzt halt eben auf eine endgültige Chance hoffen. Daher ein sehr großer Kader. Jetzt gilt es für Gerhard Struber und sein Trainerteam erstmal zu schauen, dass man eben hier sich einen Eindruck macht über den Kader, über die Qualitäten. Welche Jungs will man behalten, auf welche Jungs will man wirklich setzen und welche Jungs können dann wirklich im finalen Kader oder zumindest im Schattenkader dann für die endgültigen Kaderplätze dann Platz nehmen. Es kann durchaus sein, das sagte Struber selber, aber auch Christian Keller, dass das ein oder andere Talent vielleicht nochmal verliehen wird, wenn es denn jetzt aktuell doch nicht so sehr nach Spielzeit aussieht. Ich denke, dass das aber zwangsläufig ist. Ich glaube, dass es genug Leute gibt, die hier noch Abgangskandidaten werden können oder vielleicht auch sogar sind. Man weiß natürlich nicht, ob es vielleicht final schon mal so das ein oder andere Gespräch gab. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun. Ich habe so den ein oder anderen Namen im Kopf. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf ein Video habt, welche Spieler den FC verlassen könnten. Dann werde ich das auf jeden Fall mal machen und werde mal meine Meinung raushauen, welche Spieler man auch abgeben könnte aus Vereinssicht oder wo ich es mir auch rein vorstellen könnte, einfach auch aus sportlicher Perspektive eben für den ein oder anderen. Aber ich denke, dass sich hier in den nächsten Wochen noch einiges tun wird. Saisonstart ist ja Anfang August und daher, denke ich mal, wird Gerd Schuber sich da schon auf jeden Fall seine Gedanken machen. Weitest gehen sie noch alle auf dem Platz. Marc Uth, der hat ein individuelles Programm, damit er nicht wieder dauerhaft in der kommenden Saison hin und wieder ausfällt. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Lea Pakarada hat einen Infekt, der ist noch nicht dabei. Florian Kainz natürlich bei der Europameisterschaft und ja, alles andere wird man dann eben im Laufe der Woche eben im Training sehen. Sind wir mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Spieler für euch weg sollen. Also ich für meinen Teil würde sagen, wenn unterm Strich ein Kader mit 28, 29 Mann steht, dann sollte das mehr als ausreichend sein. Aber eine genaue Zahl wollte ich Struber in der PK nicht nennen. Aber ich würde sagen, all about wäre das so die Zahl, in der man sich bewegen sollte. Aber wie immer ist natürlich auch eure Meinung gefragt. Wie groß sollte der Kader eurer Meinung nach sein? Was sagt ihr zu der Verpflichtung der El-Mala-Brüder und was traut ihr den Jungs in der Zukunft zu? Und glaubt ihr, dass Sascha Bigalke als Talente-Coach hier der Richtige ist, um dann eben zwischen Talente-Fußball und Profi-Fußball eben vermitteln zu können? Bin gespannt, wie ihr das Ganze bewertet. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Ich würde mich wie immer neben euren Meinungen über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.